Ein schnurriges Willkommen und Sarima bei Panty spielt Albion und ich wünsche natürlich allen, die Weihnachten feiern, heute einen wunderschönen Heiligabend. Ich hoffe, dass ihr heute Abend eine schöne Zeit mit der Familie haben werdet. Ich weiß, ich werde es auf jeden Fall haben, auch wenn ich das jetzt schon ein ganzes Stück vor Weihnachten, so Anfang Dezember, aufnehme. So, wegen dem heutigen Tag werde ich auch ein wenig über meine Erfahrung mit Weihnachten reden, denn ich bin tatsächlich in einer recht christlichen Familie aufgewachsen. Ich will jetzt auch gar nicht so irgendwie drüber reden, was diese ganze Geschichte von wegen, also mir ist im Endeffekt scheißegal, was Leute glauben. Ihr könnt glauben, was ihr wollt, ob ihr an Gott glaubt oder nicht, ist mir so ziemlich wurscht, solange ihr mir nicht vorschreiben wollt, was ich zu glauben habe. Ich möchte einfach nur erzählen, wie das so für mich war. Nicht den ganzen Glaubenskram dahinter, sondern einfach nur so, wie lief so ein Weihnachten klassischerweise bei uns in der Familie früher ab. Und natürlich war das so, dadurch, dass meine Mutter hatte im Pfarrbrück gearbeitet. Das heißt, sie war in der Kirche angestellt, auch in der evangelischen Kirche hier in Hessen und Nassau. Und dann war es natürlich klar, dass ich mit im Krippenspiel mitgespielt habe. War aber auch jetzt nicht irgendwie so, dass das Pflicht war und ich das nicht wollte oder so, sondern es war für mich natürlich auch ganz klar. Ich wollte mit den anderen Kindern zusammen da. Ich wollte schon immer auf der Bühne stehen. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Und dann da im Krippenspiel dabei zu sein und so, das hat mir schon auf jeden Fall gefallen. Also das war dann, das war dann so ein Punkt, also wo ich mich auch immer darauf gefreut habe an dem Tag. Aber angefangen hat der Tag natürlich eher früh am Morgen. Logischerweise, da hat man dann schön zusammen gefrühstückt mit der Familie, dann die vier Adventskerzen angehabt. Und jetzt ist die erste Runde zu Ende. Natürlich verkaufe ich jetzt auch erst mal den Kram. Und da bin ich auf der Suche nach Rabia, der manchmal ein bisschen schwer zu sehen ist. Entweder schwer zu sehen, weil eben durch die Grafik kriege ich das manchmal nicht richtig hin. Oder er ist in irgendeiner Seitengasse und dann sieht man halt einfach nicht. Naja gut, okay. Ich war jetzt also am Morgen und dann ging es relativ früh los. Wir haben tatsächlich einen Weihnachtsbaum nämlich immer sehr spät erst gekauft. Meistens tatsächlich erst dann Heiligabend. Sind wir dann los, haben einen Weihnachtsbaum gekauft. Da durfte ich dann immer mit. Und dann war das Wohnzimmer, wo der Weihnachtsbaum aufgebaut wurde, war Tabuzone. Da durfte dann meine Schwester und ich durften da nicht rein. Und die Tür war mit einem, mit so einem Bettlaken abgehängt. Also sprich, die Tür, die hatte so eine Fensterscheibe, wo man zwar nicht direkt durchgucken konnte, aber das halt nicht durchgekommen ist. Und wir haben noch nicht mal quasi die Beleuchtung dann von dem geschmückten Baum gesehen. Da, äh, das war, das war quasi nicht erlaubt. Ähm, was das Ganze natürlich alles so ein bisschen mystisch und so gemacht hat, äh, für uns Kinder, äh, weil wir halt, äh, da nicht rein durften. Dann war es so, dass ich, ähm, Geige gespielt hab. Aber da komm ich, also ich komm da noch mal zurück mit Geige spielen, weil das ist, das ist, das ist, ich greife jetzt tatsächlich schon vor, äh, gehen wir erstmal noch mal weiter. Also, äh, wir haben das, dann, dann hat man sich irgendwie mit dem Tag, äh, beschäftigt. Äh, dann, äh, kam man, äh, in die Kirche natürlich auch vor dem Gottesdienst, weil, äh, ja, es musste ja vorbereitet werden. Man musste teilweise seine Verkleidung anziehen, wenn man Engel gespielt hat oder ein Schaf gespielt hat oder sowas, hat man sich natürlich entsprechend umgezogen. Ähm, also gerade die kleineren Kinder haben halt vor allem Schaf und Engel gespielt. Ähm, und, äh, dann hat man erwähnt, dann, dann, weil wir Kinder natürlich noch so extrem aufgeregt waren, äh, haben wir dann auch noch irgendeine Geschichte erzählt bekommen, alle zusammen, haben wir also dann im Kreis gesessen, im Raum, haben eine Geschichte erzählt bekommen, haben, äh, Weihnachtsgebäck gegessen, ähm, Tee getrunken, ähm, war eigentlich auch sehr, sehr schöne Sache. Und dann sind wir, äh, dann, dann hat halt der Gottesdienst angefangen und, ähm, das Besondere war quasi, dass, dass wir da im Mittelpunkt von diesem Gottesdienst standen, dass wir da die Weihnachtsgeschichte nachgespielt haben, das war schon so, so eine ziemlich großartige Sache. Dann kam er heim, dann gab's erstmal Abendessen, natürlich wie Kinder, äh, äh, klar, du wolltest die ganze Zeit nur so, aha, wann gibt's die Geschenke, wann gibt's die Geschenke, wann gibt's die Geschenke, du konntest das kaum erwarten. Ähm, dadurch, das hab ich dann später erfahren, als ich mich selbst damit ein bisschen beschäftigt hab, ich hab selber auch, äh, Kindergottesdienst geleitet, äh, dadurch hab ich die Organisation dahinter ein bisschen mitgekriegt, äh, war natürlich so, dass dieser Gottesdienst recht früh war, gerade für die Kinder, weil wir Kinder halt, äh, ungeduldig waren und unsere Geschenke wollten. Also gab's dann Abendessen, äh, unterschiedlich, später, später meistens dann eher was Einfaches wie Kartoffelsalat und Würstchen oder so, aber tatsächlich hat meine Mutter teilweise auch, ähm, irgendwie Schweinelände eben im Blätterteig gemacht, zum Beispiel, weil das meine Oma sehr geliebt hat. Ähm, saß also die ganze Familie da, saßen alle zusammen, Oma und Opa kamen von oben runter, ähm, wir haben dann zusammen gegessen und danach, ähm, das haben wir dann quasi nur drauf gewartet, dass wir, äh, ins Wohnzimmer durften und das lief dann so, dass im Endeffekt, äh, die, die Erzählung war eben nicht, wie es jetzt in Amerika üblich ist, das heißt, Santa Claus kommt und bringt die Geschenke, sondern es war natürlich das Christkind, was die Geschenke bringt. Ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen bescheuert, warum soll das Christkind, äh, zu sagen, wo wird es auch uns Geschenke bringen? Naja, gut, okay. Aber ich meine, das ist halt die Märchen, die man Kindern erzählt, äh, um die Welt ein bisschen magisch zu gestalten, äh, meine Güte, das ist, äh, es war jetzt für mich nicht der Weltzusammenbruch, als ich erfahren habe, dass das dann jetzt die Geschenke von meinen Eltern kamen, also ganz ehrlich, äh, äh, das war halt einfach so ein bisschen Magie und das Ganze drumherum sozusagen, so ein bisschen, ja, Flavortext halt, so ungefähr. Und, ähm, ähm, dann ging meine Mutter, äh, ins Wohnzimmer rein und dann hat sie mit so einem kleinen Glöckchen geklingelt und das war so das Zeichen, jetzt dürfen wir ins Wohnzimmer. Und dann natürlich so das erste Mal halt den Weihnachtsbaum sehen, wie der geschmückt war. Meine Mutter hat auch den Weihnachtsbaum nicht immer gleich geschmückt, sondern eben immer ein bisschen anders. Das heißt, äh, man hat dann eben zum ersten Mal gesehen, wie der Weihnachtsbaum aussieht, man hat sich dann zusammengesetzt und jetzt kommt die Geschichte, man hat dann, hat dann Weihnachtslier gesungen, ähm, hat, äh, teilweise haben wir, äh, das war dann so ein bisschen, ein bisschen doof, da, äh, da, 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 gerade der, der Opa wollte dann immer, dass wir Gedichte vortragen oder so. Das war so, wir wollten eigentlich nur die Geschenke noch haben, so ungefähr. Und der Opa wollte unbedingt noch, dass wir Geschichte, Gedichte vortragen, das Weihnachtsgedichte, das war dann für uns, äh, das war dann für uns so ein bisschen so dieses, dieses Muss, dieses Nervige, aber im Endeffekt halt auch, das hat den Opa halt glücklich gemacht und im Nachhinein denke ich mir auch, ähm, äh, ja, meine Güte, wenn, wenn, wenn ihm, äh, wenn ihm das super toll gefällt, dann, dann macht man das halt, als Kind denkt man da natürlich nicht so, da ist man noch nicht so, ähm, so weit entwickelt psychisch, das ist ganz normal, ähm, äh, äh, naja, wie gesagt, jetzt kommt die Geschichte mit dem, ich hab Geige gespielt und, beziehungsweise das Geige gespielt, ich war im Geigenunterricht, ich hab zu Hause quasi nie geübt, ich hab im Geigenunterricht geübt, aber ich hab dann da immer eher schlecht als recht, äh, Weihnachtslieder vorgespielt, war teilweise auch ziemlich stolz drauf, aber natürlich war's so, das war nicht sonderlich toll, also wenn ich mir heute die, die Weihnachtsvideos anguck, äh, äh, will ich, will ich nur, wenn ich's alleine guck, im Boden versinken, wenn ich das seh, aber, ähm, es war halt einfach, das Geige spielen hat mir damals ziemlich viel Spaß gemacht und deswegen hab ich's halt gemacht und dann haben wir da vorgespielt und dann gab's halt die, ähm, die Geschenke und dann, ähm, hab mal noch irgendwie zusammengesessen, ich weiß tatsächlich, kann ich mich gar nicht erinnern, was sonst noch irgendwie war, ähm, ich weiß, zum Beispiel, ein Weihnachten hab ich, äh, ich hab mir unbedingt ein Keyboard gewünscht, das war noch bevor ich Geige gespielt hab und dann hab ich natürlich in meinem Raum gesessen mit, äh, Kopfhörern auf, weil dieses Keyboard hat dann Kopfhörer anschlossen, hab natürlich auf diesem Keyboard rumgeklimpert, wie verrückt. Ähm, einmal hab ich, äh, wenn, dann irgendein Computerspiel, ähm, ich weiß, ein Weihnachten hab ich Albion geschenkt bekommen und da war natürlich ganz klar, was ich gemacht hab an dem Abend, ich hab natürlich Albion gespielt, so, hier sind wir übrigens wieder zurück. Und das sieht man schon in dem Run, äh, wir haben eben zehn, äh, von allem, also zehn Condys gekillt, ähm, da haben wir natürlich einen Haufen Geld zurückbekommen. Ähm, genau, jetzt, hier merkt man, ich, ich lauf grad hier so, äh, so random rum, ich glaub, ich sag das auch am Ende nochmal, ähm, ich hatte, äh, geguckt, was die Zauber machen im Wiki und hab dabei ein bisschen rumgestöbert, nicht über das, was in Zukunft kommt, sondern einfach nur so ein bisschen, ähm, über das, was hier so ist, über die Leute hier in Irina und so und hab dann gemerkt, ähm, im Moment mal dieses Haus der Winde, wo wir ständig pennen gehen, das hat zwei Leute, bei denen man, ähm, bei denen man das, äh, holen kann. Und, äh, die Person, äh, die ich jetzt gesucht und dann auch angesprochen hab, die ist ein bisschen günstiger, also die kostet dann eben, äh, 0,8 Gold weniger, weil sie nur ein Gold und nicht 1,2 Gold pro Person kostet. Ähm, ist halt ein bisschen Powergaming, aber auf der anderen Seite, äh, wär mir das früher aufgefallen, hätte ich so oft wie wir benachtet, damit ich bestimmt auch so, dass so ein paar Goldstücke, ähm, sparen können. Ja. Aber gut, das weiß man dann halt auch erst hinterher und, äh, äh, wie gesagt, hab ich nachgeguckt. Ich könnte jetzt alles nachgucken, aber ehrlich gesagt, ich weiß, ich weiß, ich hab dann an irgendeinem Punkt, äh, hab ich dann, ähm, tatsächlich, also ich bin jetzt mit dem Thema Weihnachten tatsächlich durch, deswegen mach ich einfach so weiter, wie es, wie es gerade passt. Passt gerade zusammen, jetzt hier von, von Albion zu erzählen, weil ich hier von Weihnachten, Weihnachtsgeschenk, hab ich Albion bekommen. Äh, und zwar, ähm, was ich dann gemacht hab, ich hab das Spiel nie richtig durchgespielt. Ich hab irgendwann, ähm, bin ich ja gegangen, hab mit einem Safe-Game-Editor die Stats von allen, äh, von allen Charakteren voll aufgedreht und selbst so konnte ich dann irgendwie die Gegner nicht mehr besiegen. Und, ähm, mir hat halt auch so das Verständnis gefehlt. Ich hatte dann so eine, eine Taktik, die hat ziemlich lang funktioniert und das war halt mit Sira ständig Frostlawine zu zaubern, was halt jedem Gegner Schaden macht. Und, ähm, das hat halt irgendwann nicht mehr funktioniert. Da war ein Gegner immun gegen Frost und sowas und da war ich einfach zu jung, das so wirklich richtig, richtig dann zu überlegen, hm, wie mach ich das jetzt? Und wie gesagt, ich hab mich auf eine Taktik eingeschossen, hatte das auch entsprechend gelevelt. Ähm, da müssen wir heute dann eben, äh, jetzt, jetzt bei dem Spiel-Durchlauf eben gucken, dass wir, ähm, dass wir da halt uns andere Taktiken auch überlegen gegen andere Gegner, ne, weil die entsprechend Schwachstellen haben und so. So, da gucken wir mal jetzt, was hat sich hier weniger gekonnt. Ja, wie gesagt, geht ja eher auch darum, Sira zu leveln. Wir haben auch schon wieder 500 Gold, was später tatsächlich, ähm, nach der Timelapse, äh, sicher ziemlich Handy wird. Ähm, nun gut, äh, und dann hab ich's halt nicht geschafft und dann hab ich eben, äh, gecheatet und dann gab's so einen Cheat, mit dem man den Zustand, also, aktivierst den Cheat-Modus und dann gibt's diverse Cheats, mit denen du verschiedene Sachen machen kannst und einer davon, eine Tastenkombination nimmt den aktuell markierten Charakter und belebt ihn wieder und tatsächlich selbst mit dem Cheat hab ich vier Anläufe beim letzten Endpost gebraucht. Also, ich hab das Spiel storytechnisch durchgespielt, aber nie richtig durchgespielt. Also, ich hab tatsächlich, gab's auch einen Trick, dass man Dungeons überspringen konnte, ich weiß nicht mehr genau wie, äh, ich glaub, du konntest dir einfach das Quest-Item geben und dann musstest du nicht mehr in den Dungeon. Also, ich hab bestimmte Dungeons komplett übergangen, ähm, und ich möchte jetzt einfach mal den kompletten Content von dem Spiel auch erleben. Das ist mit ein Grund, warum ich's, warum ich's durchspiel. Der zweite Grund, eben weil ich das Spiel so toll finde und euch zeigen möchte. Aber tatsächlich, das ist jetzt der Playthrough, den ich wirklich richtig durchspielen möchte. Ja, hier sieht man jetzt auch dann, ähm, ich versuch halt so viele Gegner wie möglich mitzunehmen. A wegen Geld, B aber halt auch, weil das jedes Mal Chancen sind. Ich könnte natürlich diverse Zauberer auch einfach spammen in einem Kampf, aber das macht irgendwie auch keinen Spaß. Und dann rennst du durch. Äh, sorry. Ich bin ein wenig müde gerade. Äh, rennst du auch durch. Und, äh, kämpfst dann gegen die Gegner und eigentlich willst du Sira-Level. Das fühlt sich irgendwie doof an. Deswegen hab ich das ein bisschen auf die einzelnen Kämpfe auch verteilt. Ähm, tatsächlich level ich halt auch alle Zauber von hier. Das heißt, ja, genau, das heißt, das dauert ein bisschen. Und hier muss man dann auch immer diese zweite Runde um den, ähm, um diesen Berg machen. Ja, wie man sieht, die Level-Ups, die ignoriere ich. Da werde ich nach der Timelapse am Ende, äh, mal schnell gucken, ähm, wie wir die Leute durchtrainieren mit den Trainingspunkten, die sie bekommen haben. Weil jetzt geht es tatsächlich nur darum, eben Sira zu leveln. So, ich hab natürlich, ähm, noch eine Geschichte zum Thema Weihnachten zu erzählen. Und zwar hab ich die letzten, ähm, zwei Jahre den Jahreswechsel und Weihnachten bei meinem Freund verbracht. Der lebt in den USA. Äh, leider natürlich sind wir zu alt, als dass ich das klassische, ähm, amerikanische Weihnachten, wie man's, wie man's aus dem Fernsehen kennt, so erleben konnte. Ähm, aber ich kann mal erzählen, wie das, äh, wie das da war. Vor allem das letzte Mal, das war nämlich ziemlich interessant. Ähm, und zwar hatten wir, er lebt in, in Süd-Arizona. Das heißt, äh, in der Wüste, da ist es schön warm. Ähm, also wir hatten so, pfff, 20, 23 Grad um Weihnachten rum. Was richtig geil war, also um die Weihnachtszeit rum in den Pool zu gehen, ist schon ziemlich geil. Ähm, ziemlich angenehm. Haben, äh, zusammen, äh, haben zusammen RimWorld gespielt. Ähm, wobei, was heißt zusammen? Es ist ja kein Multiplayer-Spiel. Das heißt, wir haben, äh, Screensharing und haben uns dann, ähm, äh, äh, abgesprochen, was wir machen und so. Haben, äh, Archer geguckt. Ah, hier gehen jetzt Sira gerade die Samenkörner aus. Was blöd ist. Das heißt, ich muss dann gleich neue kaufen gehen. Und, ähm, dann an Weihnachten sind wir halt, äh, zu seinen Eltern rüber. Die wohnen gegenüber von ihm. Und, äh, haben da dann eben, äh, Abend gegessen, uns unterhalten, ein bisschen, äh, Spiele gespielt, äh, Geschenke ausgetauscht. Und jetzt das letzte Mal, waren dann noch, äh, ähm, sein, äh, Bruder und dessen Frau da. Äh, äh, Schwägerin, das. Das war sein Bruder und seine Schwägerin waren da. Und die hatten noch eine Überraschung für uns. Und zwar haben die Spitz gekriegt, dass wir uns interessieren für, ähm, Omega Mart, was damals eine vergleichsweise neue, ähm, Installation war, äh, und zwar in Las Vegas. Und was die gesagt haben ist, ähm, mein Schatz hat vorher da gewohnt, wo die beiden wohnen, in der gleichen Stadt in Idaho. Und, äh, was die gesagt haben ist, wir nehmen euch mit. Wir fahren, äh, wir sind mit dem Auto runtergefahren, wir fahren wieder hoch nach Idaho und wir fahren durch Las Vegas. Wir, ähm, äh, und gucken uns diese, 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 ähm, Art Installation an. Und, äh, äh, soweit, äh, soweit wusste ich das Ganze auch. Also das war abgesprochen. Und die Überraschung war dann, dass, äh, sie dann ein Hotel in Las Vegas, wir sind dann im Paris Hotel, haben wir einer dort geschlafen. Und ich meine, natürlich hat man sich dann auch den Casino-Floor angeguckt. Ich persönlich muss sagen, ich war sehr unbeeindruckt. Das war, ich bin scheinbar nicht der Mensch für Casino. Ähm, es war so ein kleiner Bereich, der leider, ähm, abgesperrt und ausgeschaltet war mit den, äh, tatsächlich alten einheimigen Banditen. Also wirklich mit dem Hebel dran und in sich echt drehenden Rädern. Heutzutage ist das alles halt einfach ein Display, einfach, im Endeffekt einfach ein Bildschirm, wo irgendeine Software drauf, wo die Software drauf läuft, äh, auf dem Gerät. Und dann zeigt das sonst was an. Und ehrlich gesagt, du verstehst gar nicht mehr, wie das Spiel funktioniert. Da fahren dann irgendwelche, irgendwelche, ähm, das komplette Rad füllenden Bilder hoch und runter. Und dann, dann geht ein, kommt ein zusätzliches Rad, was sich dreht und was, keine Ahnung, ja, hab ich jetzt was gewonnen oder was soll das jetzt bedeuten? Dann blinkt's da irgendwie und dann am Ende gewinnst du doch nichts. Ähm, also da hättest dann zumindest, also wenn sie schon die Anzeige haben, hättest dann zumindest irgendwie sagen sollen, ja, Doppelchance oder so was, dass du zumindest kapierst, ja, warum blinkt das jetzt? Aber es war auch keine Erklärung von irgendwas da. Ähm, also da, äh, wenn ich schon einfach draufdrücke und es kommen irgendwelche komischen Animationen, die ich eh nicht verstehe und am Ende sagt er mir einfach nur, ich hab gewonnen oder nicht. Da kann ich auch einen klassischen einheimigen Banditen spielen, äh, wo sich, wo sich echte Räder drehen. Ähm, so, da wollen wir die Trifale Samenkörner übrigens kaufen und sind in den falschen Laden gegangen. Äh, die echte, äh, wo sich dann echte Räder drehen. Und, äh, wo ich dann halt einfach wirklich, ja, im Endeffekt ein Erlebnis dabei auch hab. Also, ich weiß nicht, da hat mir einfach das Erlebnis gefehlt. Und, ähm, ja, wir sind dann aber auch, äh, natürlich sind wir natürlich die anderen Casinos, die haben da ja Kunstausstellungen in Museums, äh, Casinos, äh, Casino-Hotels, die haben da ja Kunstausstellungen drin und so weiter. Wir haben uns keine Show angeguckt, weil das war alles schon teuer genug. Also, tatsächlich so eine Benachtung in Las Vegas ist scheiße teuer. Wollten dann Cocktails trinken. Äh, der hat dann ein Cocktail irgendwie über 10 Dollar gekostet. Ähm, das war dann auch ziemlich krass. Dann sind wir dann zu einem Laden gegangen, wo man dann zum Preis von einem Cocktail zwei gekriegt hat. Aber die waren dann auch, äh, die haben sehr mit dem Alkohol gespart. Also, das war, war auch kein tolles Erlebnis eigentlich. Also, das war so, so, im Endeffekt nur nach dem Motto, ja, darf man sagen, kann man war in Las Vegas gewesen. Ähm, hin, also, dass ich da gewesen bin, ähm, finde ich trotzdem cool. Ich hab nie erwartet, dass ich in meinem Leben jemals dort wirklich physikalisch bin und mir das wirklich nicht ansehen kann, sondern immer nur, dass ich Videos sehe oder so. Auch das, die Wasserspiele bei dem, bei Beluga Hotel und so, ähm, äh, natürlich ist das geil. Also, hinzugehen, um sich Sachen anzunehmen, an der Nacht in so einem Hotel übernachten, einfach nur, weil es schöne Hotels sind, auch wenn es scheiße teuer ist. Ähm, lohnt sich schon, aber ich finde, dieser ganze Casino-Krank da dran, der lohnt sich nicht. Also, da, äh, interessiert mich tatsächlich eher die, also, wirklich eher im, 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 im Caesars, glaube ich, war das dann so Kunstmuseum oder auch die Restaurants, die da drin sind, ähm, sind dann interessanter als, ähm, als der ganze Casino-Kram. Gut, okay, es war kurz nach Weihnachten, das war Corona-Zeit, da war also auch kaum was los. Darüber, ich glaube, ohne kaum was los, also mit viel los, wäre es noch schlimmer gewesen für mich, ich weiß nicht. Ähm, ähm, es war aber unterwältigend. Also, ja, Casino, nee, ähm, Las Vegas Hotels, ja, viel zu sehen. Ähm, ich würde sogar noch mal hinfahren, um mir andere, in einem anderen Bereich in die Hotels zu gehen, um mir andere Sachen anzugucken, ähm, weil da ist einfach viel. Ähm, ich weiß, äh, Piff the Magic Dragon ist da, den ich von YouTube kenne, Tapeface ist da, den ich in echt mal gesehen habe, weil der bei uns in Hanau war. Ähm, ähm, äh, der ist auch in Vegas, aber, ähm, ähm, äh, tatsächlich, da war dann halt auch nicht die Zeit, wir sind dann angekommen, ähm, haben das Hotelzimmer, äh, ja, und dann war es da eigentlich auch schon ziemlich platt. Ähm, am nächsten Morgen, das haben wir dann gemütlich alles fertig gemacht, sind dann eben zu dieser Installation gegangen, was, also einfach mal suchen nach Omega-Mart, vor allem wenn man, äh, äh, Game Theory Omega-Mart, äh, wobei das wahrscheinlich sogar eine Food Theory sein wird. Ähm, ähm, äh, äh, da sieht man ziemlich gut, äh, was das, was das so ist, richtig war, ich weiß gar nicht, ob es das mittlerweile abgebaut haben oder ob es das immer noch gibt, ob es noch weitergeht, ähm, ähm, es war auf jeden Fall sehr interessant, das ist aufgemacht wie so ein Supermarkt, äh, durch den man durchläuft, die ganzen Produkte sind ziemlich absurd und irgendwann läuft man dann so durch und landet irgendwie, scheinbar in so einer Art alternativen Dimension, ähm, 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 ziemlich geil gemacht, äh, und es ist halt, ähm, also es ist im Endeffekt eine interaktive Kunstanlage, so kann man es im Endeffekt sagen, ähm, wie wo die Mitarbeiter, äh, hergehen und, äh, quasi in dieser, in dieser Welt dieser Kunstanlage mit dir interagieren. Das war schon ziemlich cool, wobei es auch jetzt nicht so war, wie in, äh, wie bei, äh, wie bei, äh, wo MedPad, äh, da war, sondern es war schon, da hat man schon gemerkt, das ist schon ein paar Tage da gewesen und die Mitarbeiter haben gesagt, ja, natürlich ist das hier ein, ist das hier eine Attraktion und so weiter und so fort. Und haben einem also erklärt hier, äh, zum Beispiel am Anfang haben sie einem erklärt hier, so und so funktioniert hier dieses, äh, funktioniert hier, das ist die grundlegende Idee, so funktioniert die, Entschuldigung, so funktioniert das Entertainment quasi, hier kriegt ihr diese Karte, da könnt ihr das mitmachen, könnt ihr quasi dann, äh, versuchen die Rätsel zu lösen, äh, das heißt, das wurde direkt gesagt, ja, ja, das ist hier so ein Ding und da sind Rätsel zu lösen und so weiter, ähm, ähm, was ja eigentlich out of character ist, ähm, aber dennoch war das eine ziemlich coole Sache. sich das anzugucken und die, die ziemlich abstrusen Produkte, ähm, die, die, zu sehen, ähm, ich hab zwei Stellen, ähm, hab ich leider übersehen, weil ich da irgendwie es verpeilt hab, hinzugehen, aber trotzdem galt, dann sind wir halt weitergefahren, dann nochmal einen Zwischenstopp in Utah gemacht, wo wir eingeschneit wurden und dann eigentlich war geplant, nach Salt Lake City ins Hotel zu gehen und dann schnell noch panisch im Auto per Handy umgebucht in ein Hotel, äh, vor Salt Lake City, weil wir eben, ähm, weil es eben so geschneit hat, dass wir, dass wir, dass wir davon ausgingen, wir kommen nicht mehr durch, ähm, was ich auch in meinem Leben noch nicht erlebt hatte, ähm, und, äh, war ziemlich cool, äh, auch das Hotel, die Leute waren alle sehr nett, ähm, die, äh, waren aber auch sehr streng, und zwar, äh, hat man das vor allem da gemerkt, dass, dass, das Frühstück zum Beispiel, das ist, das ist wirklich zugemacht worden, in dem, also, es ist, da hat eine gestanden am Ende, hat auf die Uhr gesagt, so, jetzt ist es sonst früh, das Frühstück macht zu, bitte gehen Sie jetzt alle raus, also wirklich so auf die Sekunde genau, jetzt ist Frühstück zu Ende, jetzt gibt's auch nichts mehr, wer jetzt noch drinsteht, muss raus, ähm, finde ich aber jetzt nicht, nicht allzu schlimm, also, wir waren schon mit Frühstück fertig, wir haben nur noch in dem Essensbereich gesessen, und da war das, da durften wir auch sitzen, wir durften nur nicht mehr zum Buffet, das wurde halt einfach abgeschlossen, und, ähm, haben halt gesessen, haben uns noch unterhalten, und, äh, sind dann auch, haben wir noch alles weggebracht auch, ähm, wo die sich auch gefreut haben, und, äh, sind dann, haben wir uns halt fertig gemacht und sind weggefahren, also meine Güte, das war, also ich find's schon, das war schon gastfreundlich, also es war jetzt nicht, nicht so, dass man das Gefühl hat, irgendwie, das war, äh, unfreundlich, oder so, ähm, das waren halt die Regeln, und die haben sie halt, äh, durchgesetzt, ne? So, jetzt, äh, läuft das Ganze auch hier schon dem Ende zu, wir sind schon so ziemlich durchgelevelt, das ist, glaub ich, jetzt die letzte Runde noch, die jetzt hier losgeht, ja, gut, das sehe ich auch daran, dass hier das Video nur noch, ähm, knapp 20 Sekunden geht, was ich hier habe, der Teddy Timelapse, das heißt, ich gebe schon mal weiter an den, naja, wie letztes Mal auch für mich vergangenheitsneinti, für euch, äh, zukunftsneinti, äh, sehr, sehr verwirrend, ähm, naja, eben für den Neinti, der nach der Timelapse weiterspielt, bis gleich. So, und hier ist die Timelapse zu Ende, ja, ich hab mir jetzt nicht wirklich so einen besonderen Spruch oder so zusammen zurechtgelegt, aber wir haben's jetzt geschafft, ich guck hier nochmal eben drüber, zeig euch das mal, also hier, die Zauber sind alle maximal gelevelt, bis auf Falle entfernen, was immer funktioniert, die drei, die auch eigentlich immer funktionieren sollten, und Licht, ähm, naja, gut, okay, das machen wir halt so währenddessen, ne. So, dann ist das Licht halt am Anfang nicht zu stark. So, und dann gehen wir erst mal schlafen, äh, wo sind wir denn nicht gerade? Wir sind hier oben, also im Norden, gucken wir eben schnell noch, der Trainer offen hat, einmal, ja genau, einmal alle durchtrainieren, denn wir hatten ja diverse Level-Ups. So, gucken wir mal. Jetzt gucken wir einfach mal alle alles durch. Ich bin mir sicher, dass jetzt hier Trio rausgeschmissen wird, zweimal, aber das kriegen wir eben noch hin. So, schmeißt der uns raus. Der hat recht lang offen tatsächlich. So, ansprechen. Fernkampf. So. Da haben wir es doch. Fernkampf einmal voll. Wobei eigentlich, das war jetzt eigentlich sinnlos, fällt mir gerade so auf. Trainieren, Fernkampf zu unterrichten, ist, äh, das haben wir, glaube ich, nicht. Ja, jetzt haben wir alle Trainingspunkte verschwendet. Wurscht, wurscht, wurscht. Das hätte ich besser wissen sollen. Gut, dann gehen wir also hier nochmal mit Tom in den Nahkampf. Das sollte auch abgewiesen werden. So, genau. So, den brauchen wir auch nicht in den Fernkampf trainieren zu lassen. Bei Rainer, das ist schon beides voll. Und Sira dürfte auch, wenn er nur noch, komm mal schnell, weil die hat ja hier eine Waffe, die es boostet, ist aber auch voll. Das heißt, ähm, hier auch noch einmal Fernkampf ausprobieren. Wir sind im Endeffekt schon alle voll trainiert gewesen, wie es scheint. Äh, lieber nicht, tut das für Quatsch. So, ansprechen. Und zwar trainieren wir hier nochmal den Fernkampf, wenn es geht. Das klappt. Und zwar um volle fünf Punkte. Dankeschön. Und jetzt gehen wir nochmal schlafen. Und zwar, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das während der Timelapse erwähnen werde. Ich nehme das hier also auf, bevor ich den Timelapse-Chat aufnehme. Einfach damit ich, weil ich dann erst weiß, wie lange die Timelapse ist. Ich habe aber kurz nachgelesen gehabt, was die Zauber bewirken. Und hatte dabei gelesen, dass, ähm, äh, Wirri, die hier rumläuft, ähm, tatsächlich die Übernachtung und so weiter günstiger anbietet. Es handelt sich hier nur um 0,8 Gold. Also das ist jetzt wirklich ein, ein Witz. Aber, ähm, trotzdem, dass das zwei Leute sind und die unterschiedliche Preise haben. So, jetzt haben wir das geschafft. Wir sind also voll ausgerüstet. Ich musste zwischendrin nochmal hier die Sachen reparieren. Tom ist die Kappe gebrochen. Äh, die Lederwestie ist kaputt gegangen. Was wir jetzt noch brauchen, sind, ich habe auch hier 255, 255 von diesen, äh, Samenkörnern gekauft. Das werden wir jetzt gleich auch nochmal tun. Ähm, genau, Samenkörner, Pfeile und Tränke brauchen wir noch. Und dann können wir eigentlich schon los. Und ich würde sagen, dass wir dann auf die andere Insel gehen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Das heißt, wir können hier so probieren. Jetzt möchte ich tatsächlich nochmal was ausprobieren. So, das war, ah, auch schon falsch. Ich wollte eigentlich das erst aus. So, kommen wir nochmal. Und zwar, ähm, ich war mir sicher, und wir hatten es auch irgendwie ausprobiert, dass man hier von dem Laden stehlen kann. Und irgendwie war, war das so, dass es hieß, ähm, die steht siebten bis zur 21. Stunde. Und wenn ich jetzt hier hingehe und was nehme, dann heißt es, äh, äh, hier der, der nörgelt rum, der sagt, äh, hier klauen ist nicht. Okay, hier drin kann ich auch nicht warten. Aber was ist, ist, dass der, ähm, um 21.30 Uhr den Laden verlässt. Und dann soll man eigentlich mich da klauen können. Soweit ich weiß, wenn man hingeht, wo der schon geschlossen hat, geht's auch nicht richtig. Ich will das jetzt eben nochmal probieren. So. Jetzt warten wir also nochmal 10 Stunden. Das ist schon zu lang gewesen. Okay. Ich hab eben nicht auf die Uhr geguckt. Also es ist 21.10 Uhr. Ich will auf 20.10 Uhr warten. So, genau. So. Und jetzt hoffe ich, dass wir es schaffen. Wir sind ja im, wir sind ja jetzt quasi schon in der Map. So. Und jetzt ist es 21 Uhr. Und jetzt, in einer halben Stunde später, verlässt er den Laden. Und dann gucken wir mal, ob wir tatsächlich hier Sachen rausnehmen können. So. 30. Jetzt geht der raus. So, jetzt ist er weg. Und jetzt gucken wir mal, manipulieren. Ja, tatsächlich, aber nur Winzkram. Naja, gut. Aber ich bestehle jetzt trotzdem hier ganz dreist die Leute. Mal gucken mal, hier sind noch Health Potions. So. Die tun wir mal mit. Also, wir kriegen nicht die Samenkörner. Das war meine Hoffnung, dass wir dann die Samenkörner quasi kostenlos kriegen. Da ist nichts mehr drin. So. Und hier auch ganz, ganz dreist, das Ding ist verschlossen. Dann nehmen wir uns einfach einen Dietrich und nehmen wir uns auch noch die Sachen hier mit. So, ist natürlich jetzt nicht sonderlich freundlich. Aber das ist eben auch wieder dieses typische Rollenspiel-Ding. So wie bei Zelda, wo man mit Link dann auch die einfach in irgendwelche fremden Häuser geht und die Töpfe kaputt macht, um an die Items zu kommen, die da versteckt sind. Im Endeffekt vergreift man sich auch an dem Gesparten von den Leuten und das stört die überhaupt nicht. So. Gibt es ja auch diverse lustige Videos zu. So, dann wollen wir mal warten. Das ist 23 Uhr. Warten wir noch zum 8 Uhr. Und zwar jetzt möchte ich zuerst jetzt hier eins nach dem anderen. Zuerst. Ich bin nur ein bisschen doof. Ich war schon da. Ich hätte jetzt zuerst die Körner kaufen können. Aber wurscht. Ich möchte jetzt zuerst Pfeile kaufen. So. Weil Reine ansonsten quasi nicht kämpfen kann. Anschauen. Das ist 10. Stunde. Dann warten wir einfach nochmal 2. Dann ist es 9. und zwar 10. Die paar Minuten können wir jetzt hier noch stehen. Und dann gehen wir gleich rein. 7, 8. Und jetzt ist es 10 Uhr. Zack. So. Ansprechen. Und dann wollen wir hier Pfeile kaufen. Und zwar was kostet einer? 0,7. Das heißt 170 zu 100. Ja, ja. Das ist kein Problem. Das ist so. Das wiegt natürlich zu viel. Klar. Das teilen wir jetzt noch auf. Und zwar zunächst kriegt Reiner alle. Die Maus. Es ist tatsächlich ich kann bei dieser Maus hier die Empfindlichkeit nicht verändern. Das ist für mich sehr, so sehr verwirrend. So. Sie hat 17 von 20 Kilo. Und was wiegt so ein Samenkorn? 5 Gramm. 100 Samenkörner sind also 500 Gramm. 200 sind also 1 Kilo. Also kann sie nochmal einen Satz Samenkörner kaufen. So. Das machen wir jetzt auch. Wir kaufen einen Satz Samenkörner und dann kaufen wir noch ein paar Heil- und Magietränke. Und das relativ langsam, weil wir bei jedem Kauf eine Chance haben, einen starken Heiltrank geschenkt zu bekommen. So. Das heißt, da sprechen wir die mehrfach an und kaufen immer so ein paar Tränkchen. Aber erst nochmal 200 Samenkörner. So. Und dann sollten wir eigentlich schon good to go sein. So. Ja. Und wenn wir jetzt kein Geld haben, dann passt das auch schon. Einfach nur sicherstellen, weil die das ist war immer, die sind mir ausgegangen. 196. Das ist jetzt tatsächlich alles an Geld, was wir haben. Das heißt, wir können keine Heiltränke mehr kaufen. Das ist nicht schlimm. Ich werde jetzt nicht nochmal grinden, nur um an die Heiltränke zu kommen. Ich gucke, ob ich vielleicht nicht einen kaufen kann. Wir haben ein paar gefunden. Und das sollte auch kein großes Problem sein, wenn wir die Zaubergut einsetzen und fallen und gehen. es gibt aber tatsächlich noch eine Sache, die ich machen möchte, bevor wir wegfahren. Erstmal gucken, Heiltrank und verlieren. Und zwar brauchen wir Medizin und jetzt ist die Frage 4,5 Gold. Nein, leider können wir uns keins kaufen. Auch kein Mana-Trank. Schade. Okay, wir können aber tatsächlich machen. Das ist auch nicht allzu schlimm. Passt alles noch. Super. Erstmal wir haben noch ein bisschen Müll. Wir haben noch diesen einen Dolch. Wisst ihr was, den behalte ich jetzt einfach erstmal. Vielleicht können wir den später einsetzen. Und dann haben wir noch eine Sache. Und zwar ich hatte nachgeguckt, ob wir es vergessen haben. zwar gehen wir noch ins alte Formal Gildenhaus. Können wir ein bisschen Licht zaubern üben dabei. Und zwar was ich vergessen habe, ist ganz einfach, es gab da doch diesen einen Anweisung, wir sollen die Quellen des Lichts mit dem Weg des Lichts verbinden. Das hat Agim uns gesagt. Ich glaube, ich habe das sogar in der letzten Folge erwähnt. Und das haben wir nicht gemacht und das machen wir jetzt eben schnell. Das ist eigentlich auch ein super einfaches Rätsel. Was ich mache, ich werde vorher speichern, denn wenn wir jetzt hier einfach eine Stunde Erfahrungspunkte kriegen, dann hilft uns das jetzt finde ich nicht allzu viel, weil wir haben ja durch das Grinding schon ziemlich geleveltelt. So, den Gegner nehmen wir aber mit, weil der Geld ist so. So, dann zeige ich hier mal eben die Magie. Ich kann zum Beispiel jetzt hier der Dornenschlinge kann ich den festhalten. So, und das hält jetzt bis zum Ende des Kampfes. Der kann jetzt einfach gar nichts mehr machen. Ich kann es machen, was ich will eigentlich. Das könnte ich noch machen hier. Ich könnte jetzt mit der Dornenfalle killen. Zeige ich auch mal hier Dornenfalle. Jetzt habe ich also eine Falle hin. Und jetzt am Anfang dieser Runde gar nichts am Anfang dieser Runde. Es steht ein Gegner auf einer Falle. Er löst die aus und kriegt 24 Schaden. So, das ist die Dornenfalle. So, knallen wir hier mal einfach ein bisschen was zu essen. Außerdem weißt du, was die da sollte eigentlich Sira kriegen. So, und jetzt hat sie nämlich hier einen Haufen und dann da schön viel zaubern. Zum Beispiel jetzt diese ganzen Lichts, die ich jetzt zaubere. So, nicht leichte Heilung. Ich würde immer das Mausrad verwenden. Licht ist hier unten. Man merkt, das ist nur wenig Licht, was hier kommt. Das liegt einfach daran, ich geh mal ein Stückchen rein. Das liegt einfach daran, weil der Zauber noch nicht sonderlich stark ist. Da muss ich den jetzt mehrfach zaubern, aber mit jedem Mal, wenn ich ihn zaubere, verbrauche ich einen Samenkorn und dieser Balken wird größer, heißt, der Zauber wird beim nächsten wird stärker. Ja, so. Ah, komm her. So. Und dann kann ich hier die Karte nehmen und wir wollen hier hin und zwar wollen genau da hin. Ihr hört jetzt im Hintergrund schon dieses komische Geräusch. Genau da, wo das ist, wollen wir hin. Das ist nämlich genau der Bonus, den wir kriegen. Wo sieht's gerade? Also das ist hier irgendwo. So. Jetzt wird es ziemlich wieder leiser. Rechts war dieses Teil, diese Ranken, die wir entweder und hier, das hier ist die Quelle des Lichts und wenn wir hier schauen, das ist der Weg des Lichts und was wir einfach nur machen müssen, ist ziemlich stumpf, gehen erst zu dem einen, ja, da ist hier dann, hier geht's weiter und dann gehen wir hier einfach rüber zu dem anderen, da, und da wird jetzt verbunden haben, öffnet sich die Wand und das ist im Endeffekt, so, jetzt speichere ich einmal, Spielstand speichern, dann nehmen wir den ganz normalen Let's Play Spielstand für, so, und zwar, wenn wir jetzt hier durchgehen, dann haben wir jetzt hier, jetzt wird auch wieder der Ton lauter, so, jetzt haben wir hier so eine Pflanze, das ist also die, das ist also jetzt quasi das, was A-Geben uns ähm, als Belohnung gibt, dafür, dass wir eben den Musikkristall gebracht haben, und zwar sind hier diese Orbs und wenn ich hier anfasse, ein wohliges Gefühl, ähm, oh ja, stimmt, ich lese hier mal vor, es gibt Geschichten über die Lichter der Göttin, die an besonders gesegneten Stellen der Welt existieren, sie erhöhen den Entdecker und bringen ihm Glück, das ist das erste Mal, dass ich ein solches Licht gesehen habe, welch ein Erlebnis, eine nette Erzählung, fährt der Drill, ich wünschte jedoch eine Reihe von Messgeräten zu meiner Verfügung zu haben, um mir die Erscheinung zu untersuchen, Wissenschaftler halt, so, also er ist schneller geworden, und ich nehme an, das heißt also hier, das Glück ist gestiegen und die Geschwindigkeit ist nochmal 80 und 15, gucken wir mal beim zweiten, ich kann auch einfach reinlaufen und da heißt es dann auch, die Ausdauer ist gestiegen und das wäre also jetzt hier die Ausdauer, ist jetzt bei Drill zum Beispiel 40, 45, also wir haben einfach Stud Increases, tatsächlich, das heißt bei allen Gefährten, gehe ich her und lade den Spielstand und mache das später, denn ich weiß, wir werden wieder hierhin zurückkommen können, so, wir werden wieder hierhin zurückkommen können und werden dann hier einfach wieder hin zurückkommen, wenn wir sechs Leute haben und machen halt den Stud Increase mit allen, mit allen, so, ist da wieder raus, das dauert aber jetzt noch eine ganze Weile, bis wir wieder zurück können, tatsächlich, also, da müssen wir einiges an, quasi einiges an Spiel noch spielen, so, jetzt sind wir wieder in dem anderen Raum, wir sind jetzt einmal drum herum gelaufen, das ist ja so ein kleines, so ein kleines Slalomgebilde hier und wenn ich mich nicht irre, so, genau, ist hier der Ausgang, super, das hat, das hat auch diesmal funktioniert und da der Gegner sogar respawnt, ich hatte tatsächlich mit den Spawns von den Gegnern ziemlich viel Glück in der letzten Zeit, dann gehe ich jetzt her, baller den nochmal weg, mit den Spawns von den Gegnern ziemlich viel Glück bei den letzten Malen und habe sehr schnell das Ganze, also auch sehr viel Geld bekommen, während ich Syrah gelettelt habe, so, dann gehen wir mal hier wieder, einmal wieder runter, so, da ist irgendwas in den Weg gekommen, da hat man gesehen eben, dass ich Albion über goodoldgames.com spiele und was mir natürlich die Spielstelle synchronisiert, das heißt, das Grinding habe ich auf einem anderen Rechner gemacht, auf dem ich, wie das ist, habe ich im Wohnzimmer gesessen und auf einem Bildschirm Videos geguckt und auf dem anderen einfach gegrindet, weil das ist halt tatsächlich eigentlich ziemlich langweilig und das eigentliche Aufnahmen mache ich hier im Keller in meinem Büro slash Studio und da habe ich ein gescheites Mikro und auch einen anderen Rechner, so, dann wollen wir doch mal, gehen wir erstmal ganz normal verkaufen, kaufen uns dann noch Heiltränke und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge und in der nächsten Folge geht es dann mit dem Schiff genau, wir verkaufen das hier, wir verkaufen das hier, den Dolch hier, gucke ich eben mal, ob den, ja, den können wir noch mehr als nur Sk verwenden, weil ich komme ja in eine Menschenstadt, hier ist auch noch Zeugs, super, die hat Munition, passt alles, super, dann werde ich jetzt für die 27 Gold noch eben Heiltränke kaufen und wir wollen nach Süden, Süden ist da, genau so, das, hier oben, das Layout von der Stadt ist jedes Mal verbunden für mich, ach, was wir auch noch brauchen, stimmt, sollten wir mal hier auf die Übersichtskarte schauen, ich glaube, das ist der Laden, wo ich hin will, der ist, da waren wir auch noch gar nicht, da ist ein Händler, der ist auf der Karte als Händler eingezeichnet, aber da steht nicht, was es ist, und zwar ist das das Haus des guten Essens und da will ich auch nochmal hin, so, und eben, Reiseproviant, haltbarer Reiseproviant, und zwar kostet einer 0,3 Gold, okay, und dann gucken wir jetzt mal gegenüber in der Taverne, dürfte das teurer sein, nehme ich an, das ist das Haus der nützlichen Vielfalt und hier sollte, na, das war auch das, was ich machen wollte, ich wollte auch Viri ansprechen, tatsächlich, ich habe die Person verwechselt, das ist so, dass sie sollte sogar ein billiger sein, ist einfach 0,5, genau, und Atresen sind sie teurer, also Viri ist tatsächlich die billigere, Person hier im Haus der Winde, so, doch, das ist richtig, das ist dieses Haus und die zweite Tür, also kaufen wir uns jetzt hier Proviant und schauen eben mal, wir haben 22, 1, 10, 30, das heißt, ich jetzt alles zusammenschmeiße, haben wir 50, 60, etwa durch 4, und ich möchte, dass jeder so 50 hat, also ich möchte 200 haben, eigentlich, ja, das kriege ich nicht hin, kaufe ich nochmal so 60 drauf, so, oder, ja, nee, ich kaufe tatsächlich nochmal ein bisschen Heiltrinke, weil wir werden halt auch kämpfen müssen, Syrah trägt zu viel, gut, das ist jetzt halt hier, dann kann sie aber erst mal Dian Trier abgeben, hier trägt immer noch zu viel, also der Proviant wiegt natürlich auch, das ist, äh, in dem Spiel so, dann geben wir das erstmal in Rainer, Rainer trägt jetzt natürlich auch zu viel, ist ja klar, Trier kann noch auch noch ein ganzes Stück tragen, dann trägt der einfach jetzt die ganzen Tränke auch, so, gucken wir nochmal eben, dass das, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viel da runter geht, okay, ja, die, die, in der Summe wiegt halt die Rüstung, die Pfeile, die wiegen halt schon einiges, so, jetzt müssten eigentlich alle genau wieder laufen können, und dann gehen wir eben nochmal schlafen, eine Runde, das ist dann hier, so, das ist, dürfte nicht wiri sein, oder nein, genau, so, ist sie, wo versteckst du dich da, für vier Gold, so, und dann würde ich sagen, gehe ich jetzt vor die Tür, und da machen wir dann einmal einen Cut, und machen dann nächste Woche weiter, wenn es wieder heißt, Hanti spielt Albion, also bis dahin, ciao, miau, hier, 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 so, hier, Vielen Dank.